hey freunde und willkommen zu den tagesherausforderungen lande bei einem orientierungspunkt und besuche ein wächterturm in diesem clip zeige ich euch kurz wo ihr das am besten machen könnt wächter türme findet ihr zum beispiel hier auf der kleinen insel bei misty meadow oder oben bei sweaty sands beziehungsweise rechts von sweaty sands und auch noch an anderen punkten auf der karte aber in meinem fall landen wir jetzt hier bei misty meadow jetzt landen wir hier einfach und da jeder wächterturm auch gleichzeitig ein orientierungspunkt ist könnt ihr die beiden aufgaben zusammen machen so wie ihr seht ist die eine aufgabe abgeschlossen und da auch gleich die zweite wenn ich euch damit weiterhelfen konnte lasst mir gerne ein like und ein abo da und bis dahin sehen wir uns im nächsten clip